Hi und herzlich willkommen bei Juli Boots on Tour. Wir sind wieder losgefahren und wo sind wir denn heute gelandet, Juli? Heute sind wir in Sachsen-Anhalt in der Nähe von Magdeburg. Jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Wir sind hier bei Plötzki und zwar gibt es hier einen riesen Campingpark mit echt ganz viel Erlebnis, wie man es eben auch schon gesagt hat, mit Minigolf, mit Catcars, Spielplätze, hier gibt es einen Indoor-Spielplatz, hier gibt es einen Badeteich und das Highlight ist für unsere Tochter der Bauernhof, der hier im Hintergrund ist. Mit Ziegen und Schafen und Lama und Häschen und Vögel und ein kleines Tier. Papa, was ist denn ein Lama? Das ist einer, der nicht richtig gehen kann, mein Junge. Nein, das Lama hier hat leider nur ein Auge. Och Gott, na gucken wir gleich mal. Also ein Riesending hier. Guckt euch die Bilder an. Viel Spaß dabei. Musik 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 You make me feel like I wanna get lost in your paradise You make me believe it's real It's high up above from ground We're closer to heaven I won't fight it, can't deny it I'm under your spell Just like magic, won't forget this For the rest of my life Up in the clouds I can see the whole world now Breathtaking wild, can't believe my eyes Up in the sky I can see the whole world turning You make me feel like I wanna get lost in your paradise You make me believe it's real It's high up above from ground We're closer to heaven We're closer to heaven You make me feel like I wanna get lost in your paradise You make me feel like I wanna get lost in your paradise You make me believe it's real It's high up above from ground You make me feel like I wanna get lost in your paradise You make me feel like I wanna get lost in your paradise You make me feel like I wanna get lost in your paradise You make me feel like I wanna get lost in your paradise Hallo Lama, naja, unter den Blinden ist der einäugige König, sage ich immer. Ich bin einäugige König, sage ich immer, ich bin einäugige König, sage ich immer. Hier sind überall so eine Schilder, damit das Stadtkind von heute weiß, was das für Maschinen sind. Es sind schon ein paar ältere dabei, aber man kann sich das vorstellen, wofür das gedacht ist. Und das ist auch gut erklärt. Für die Stadtkinder, die noch keinen Traktor gesehen haben. Genau. Fünf- bis sechsjährigen sind hier alle 1,80 Meter groß, also übersehen kann man die nicht. Wir haben uns für dieses Wochenende für dieses Modell hier entschieden. Mal gucken, ich glaube es zieht etwas, aber wir probieren es. Ich bin einäugige König, sage ich immer, ich glaube es zieht etwas, wie hier in der Reinhard nötig. Wir Atlanta zum Hier alle 1,80 Meter großartig. Ich bin einäugige König, sage ich immer, ich kann es nicht sagen, was ich jetzt sagen. Ich bin einäugige König, sage ich immer. Ich bin einäugige König, sage ich immer, ich kann es nicht sagen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 War nicht so schlimm Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mikrowelle, Grill, Herdplatten, Waschbecken Hier wird unheimlich viel umgebaut. Ich denke mal, wenn man nächstes Jahr herkommt, sieht das alles ganz anders aus. Hier ist viel Baustelle an einigen Strecken, aber der Platz ist echt eine Empfehlung, weil mit Kindern kann man hier wahnsinnig viel unternehmen. Das Wochenende ist schon wiederum hier im Ferienpark Plötzki, ihr habt ja die paar Bilder von uns gesehen, die wir gemacht haben, wie gesagt, das Klo habe ich weglassen müssen wegen Baumaßnahmen und ins Damenklo wollte ich nicht filmen. Insgesamt muss ich jetzt noch dazu sagen, wird hier gerade viel gebaut und viel erneuert und renoviert. Also ich denke mal, in den nächsten Monaten wird sich hier noch einiges tun und der Platz bietet wirklich viel, viel, viel Möglichkeiten sich zu beschäftigen, auch für die kurzen, die man ja oft dabei hat. Richtig, also wir hoffen, das hat euch gefallen, wenn ja, dann freuen wir uns wieder über einen Daumen nach oben, einen Kommentar und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann erfahrt ihr auch immer, wenn wir wieder unterwegs sind. Und das Abo nicht vergessen, bis zum nächsten Mal bei Juli Butz on Tour. Ciao! Bis zum nächsten Mal – guckt 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017